Es wäre übrigens mal ganz interessant, wenn man überlegt, wann das anfängt, nicht? Bei den Kleinen, das mit diesem Wahn, das Fanatische. Wir haben ja auch Ärger damit, nicht gerade die religiösen Fanatiker. Die machen uns ja ziemlich zu schaffen. Und ich finde persönlich, wenn ich das mal sagen darf, dass wir unsere christliche Grundüberzeugung wieder offensiver vertreten sollten. Dafür müssen wir uns nicht genieren. Da ist doch was da. Die Union will es doch mit Recht in die europäische Verfassung reinsetzen. Sehen Sie mal, unsere christliche Nächstenliebe als Beispiel. Oder die Achtung der Menschenwürde des Einzelnen. Gleich welcher Hautfarbe, Religion oder Nationalität. Das kommt doch alles aus dem Neuen Testament. Matthäus, Kapitel 35. Nein, 25, Entschuldigung. Was ihr einem der niedrigsten und mindersten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Herr Kurnatz beispielsweise, dem hätte so ein bisschen Matthäus ganz gut getan. Wir haben also richtig unsere moralische Überlegenheit, unser Abend in der christlichen Kultur demonstrieren können. Nicht das? Ein bisschen verpasst. Schade eigentlich. Wäre eine schöne Gelegenheit gewesen. Beim Weltgericht ans Beter wird Matthäus der einst den Fall Kurnatz aufrufen. Und dann wird er sagen, ich war euer Gast und ihr habt mich nicht beherbergt. Ich war gefangen, ihr habt mich nicht besucht. Ab dafür. Wobei, besucht haben wir ihn ja. Aber nur um ihm noch eins hinter die Löffel zu geben. Also die moralische Überlegenheit, die, das ist, sagen wir mal, es ist auf dem Behördenweg an ihm nicht verloren gegangen. Wobei, eins muss man auch sagen, Kurnatz hat einen Fehler gemacht, meine Damen und Herren. Er hätte sterben sollen. Dann, dann hätten ihn unsere selbstgerechten Heuchler in Ehrenheim geholt. Ich bin mir sicher, wenn so ein Problemfall erstmal tot ist, egal ob gekreuzigt oder erschossen, dann werden alle barmherzig, inklusive Papst. Unser hochverehrter Papst Ratzinger hat gerade frisch begonnen, letzte Woche, einen Befreiungstheologen selig zu sprechen, den er selbst und seine Glaubenskongregation seinerzeit den Todesschwadronen schutzlos überlassen hat. Und gleichzeitig, nämlich auch letzte Woche, hat er einen Befreiungsjesuiten aus El Salvador aus dem Schoß der Kirche entlassen, der zufällig dieser Mann ein Schüler des frischgebackenen Heiligen ist und der denselben Todesschwadronen schon zweimal nur knapp entronnen ist. Und was lernen wir daraus? Nur als gut abgehangenen Erdführer sind die Aufmüpfigen hoch im Kurs. Es gibt ja Leute, die behaupten, dass Islam und Christentum aus dem gleichen Holz geschnitzt sind. Aufhören, Herr Wawowski, aufhören! Ach, ziemlich. Das ist richtig, was Sie sagen, aber das trifft Sie nicht zu. Ist es richtig? Ja. Sie sind unsere Religionsexperte. Herr Becker, das ist ja toll. Ich freue mich auf ein Fach, ist gut. Ja. Legen Sie los. Sie müssen ja sehen, der Islam war ja mal die fortschrittliche Religion. Selbst hier im christlichen Abendland haben ja die drei Grunderrungenschaften der Wissenschaft von Islam. Algebra, Dezimalsystem, Dönersandwich. Immer die drei wichtigsten zu nennen. Nicht wahr? Und da waren wir hier oben mit der Inquisition zugange, da tobt ja unten schon die Religionsfreiheit. Nicht wahr? Juden und Christen durften ihren Glauben auf islamischem Gebiet behalten. Mohammed sagte, kein Zwang in der Religion. Ja, Moment, jetzt sind Sie aber ein bisschen blauäugig. Dafür mussten die Juden und Christen aber auch Kopfsteuer bezahlen. Ja, das ist so das rheinische Prinzip. Wenn der Umsatz stimmt, ist Toleranz kein Problem. Das ist auch gut. Aber, sehen Sie mal, aber dann machen wir, dann macht ja unsere christliche Kirche jetzt was grundsätzlich falsch. Sie kassiert die Kirchensteuer von den eigenen Leuten und wundert sich dann, wenn die austreten. Ja, austreten übrigens, wüsste ich auch, also, wenn ich, ja, bitteschön. Hey, tolle Überleitung. Ja, richtig. Ja. Schwache Blase, aber, starkes Argument. Er hat irgendwo die Rechte, es ist völlig falsch, dass die Kirchen, die Kirche von den Christen, die nüsten von den anderen nehmen, ja, von den Heiden und den Moslems. Das waren so schnell, die in der Kirche wären, nicht wahr? Man redet zu viel von Ökumene und zu wenig von Ökonomie. Das war damals genauso. Die Juden und Christen wurde das zu teuer, dann wurden die auch Moslems. Und der Islam breitet sich schnell aus, nicht wahr? Und Mohammed war der charismatische, Religionsstifter und Stafler. So, das wäre jetzt hier bei Mohammed. Wie war? Das haben wir mal im Karikaturenstreit gelernt. Von dem darf man sich kein Bild machen. Ich war, lassen wir uns dran halten, nicht, dass wir alle in die Luft fliegen. Also, okay, Mohammed. So, jetzt weiß die Geschichte ja aus, wenn ein charismatischer Religionsstifter stirbt, dann geht es erstmal bergab. Wir möchten, im Alten Testament, nach einer Willy Brandt, folgen sieben Rudolf Scharpings. Als Mohammed starb, war sein Nachfolger, der Kalif Abu Bakr. Gefolgt von Umar, Uthman und dann kam bereits Ali. So, nach kurzer Zeit ist Abu Bakr auf mysteriöse Weise verstorben. Anschließend wurde Umar umgebracht, Uthman ermordet und Ali wurde erstochen. So, man würde unter Islamisten sagen, die sind alle eines natürlichen Todes gestorben. Jetzt gibt es welche, die sagen, Moment, wir sehen also hier, der Ali ist mit der Fatima verheiratet. Nach dem Motto, Frau Fatima, was der meint. Fatima von der Fatima ist der Mohammed. Also ist Ali der rechtmäßige Nachfolger Mohammeds und alles andere ist Shit. Und die Datsachen, das sind die Shiten. Jetzt gibt es wieder andere Sachen, Moment, so nicht. Die drei sind nicht und der ist es nicht. Und die Datsachen, das sind die Sunniten. Und damit haben wir bereits die drei Grundglaubensrichtungen des Islam erfasst. Nämlich die Shiten, die sagen, die drei sind Shiten, der ist es. Die Sunniten, die sagen, Überlieferungen, Sunnah, sind es die drei und der ist es nicht. Und dann die dritte Glaubensrichtung, die sagt, schlaft euch nicht die Köpfe ein, ich weiß nur so alles besser als ihr, das ist Peter Scholler Tour. Der kennt sich aus, der hat den Islam erfunden. Also, deswegen schlagen sich Schiiten und Sunniten jeden Tag die Rübe ein in Bagdad, da fliegt dauernd ein Bus in die Luft. Aber war der Islam mal der Mutter der Wissenschaft? Mohammed hat immer verkündet, jeder Moslem ist verpflichtet, Wissen zu suchen. Doch dann kamen eines Tages diese Ayatollahs, Imane und Khomeini und sagten, nix da. Alles, was ihr wissen müsst, steht im Koran. Die Wissenschaft sagt, aus A folgt B und die sagen, aus A folgt B, wenn Allah es will. Ja, was will schon Allah? Da können wir lange diskutieren. Folge, jeder fünfte Mensch auf der Welt ist Moslem, aber von 100 Wissenschaftlern bekennt sich nur einer zum Islam. Das heißt, wenn die, wie die katholische Kirche immer so gerne gemacht hat, die Wissenschaftler auf dem Scheiterhaufen verbrennen wollten, die hätten überhaupt keine. Insofern ist es, wenn wir ehrlich sind, die Angst vor dem Islam auch so ein bisschen die Angst davor, dass uns die Unterschicht überrollt. Und es kommt der Islam heute fälschlicherweise so ein bisschen vor wie RTL 2. So ein Deppensender mit jede Menge Action. Der Buddhismus hingegen, der kommt uns vor wie Arte. Alle sind froh, oder das gibt, aber keiner guckt. Und die katholische Kirche, die Herr Domboski eben angesprochen hat, da muss man sagen, die ist ja doch mehr wie das ZDF. Nicht wahr? Viele alte Zuschauer und aber zu war was für die ganze Familie. Nein, wenn ich überlege, ist die katholische Kirche eigentlich genau, wie wird denn das? Ja, das gibt es auch glaube ich schon genau so lange. Nicht wahr? Wir müssen unterscheiden zwischen Gott Vater und Gott Schalk. Ein katholischer Moderator als Rauschgoldengel hat die Heiligen in der Showbranche auf der Couch. Nicht wahr? Und dann immer die Frage, glauben Sie? Nicht? Glauben Sie, dass er es schafft? Nicht? Kann er alle Heiligen am Geschmack erkennen? Nicht wahr? Wenn Sie über den See laufen, das ist ein alter Hut. Nicht wahr? Aber einen Baustellen-Lkw auf vier Kölschgläser stellen. Das grenzt an ein Wunder. Und wenn er es nicht schafft, dann geht Gott Schalk als Nikolaus in den Puff. Katholischer geht es nicht.